hallo und herzlich willkommen freunde zurück bei 8 bitboy und ich überlege mir gerade das echt mal mit facecam zu machen weil vielleicht rast sich da nicht ganz so aus wenn mich leute dabei sehen ist nicht wahr ich bin weg hinter hamburg berlin oder köln wird der 8 bitboy auf fragen zu stellen so kommen ist mir egal dann bespricht doch weg ich schaffe das level jetzt auf x die stelle ist doch verpackt oder du kommst gar nicht auf den nächsten block alter der packt da immer drüber weg der glitsche voll runter jedes mal schwör schweig konzentration hüpfen warten hüpfen 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 gott oh gott wie schwamm ich seht ihr das zack rüber tot wohl das ding jetzt habe ich mir jetzt ich denke mal das ist alles das gleiche das sieht nur anders aus dass man denkt wunderweise was man hat kommen wir einfach nicht jetzt du kannst dich laufen dabei hüpfen wie war mario das geht nicht muss immer hin komm du kackvogel nein ich bin ja nicht mehr hoch nein ich hab's geschafft ohne mist ja zwinger noch du affe level 1 level 1 im zweiten ding oder was ich weiß auch nicht ob so ganz geschafft egal oh gott welt 1 und nein ist schon wieder so nah am wasser und der typ ist gleich kaputt sobald da mal und der schwimmt der duscht sich bestimmt auch nie erleckt mich scheiß fisch alter wie knapp das einfach alles ist hast du jetzt gedacht oder nein natürlich zack okay total geil sie ist einlösen keine ahnung ja was bringt mir die gold wenn ich hier gleich wieder kribb hier ich komme da nicht hoch jetzt ich dann eins man kommt habe ich nicht gesagt also was auf sehr schön ich tue mich lieber ich weiß nicht was passiert mir hat klar leckt mich ich die blöcke nicht weg macht haut wie verschlechter willst du das denn machen was ernsthaft jetzt so hilft komm fisch du kannst mir gar nichts er springt nicht man er springt nicht da kann sie drauf rum hemmen wie du willst passiert einfach mal nichts oh gott die steuerung was ist das denn einmal springt da hoch einmal nicht ja macht doch was du willst weiße meine ja alle das kotzt mich langsam an das spiel tut mir leid sprich lieber mario hast du wenigstens original acht bitboy jeden achten versuch kannst du vielleicht mal schaffen ja 8 3 müsste das heißen was nicht man kommt da nicht rein oder das war jetzt der spaß wenn das jetzt nicht geht und es hat wieder da reingepackt dann ist aber feierabend weg weg hier halt immer springt wenn ich springe nein einmal noch einmal noch der spiel nie mehr reinlegen und ich werden müssen das kommt nur ab und zu mal wenn ich wirklich verzweifelt bin wenn ich nicht weiß was ich jetzt plane soll wie jetzt zum beispiel weil ja ja das ist das mit uns komplett was so was war auf du kackvogel zack bist du tot zack nochmal auf die kacke gehauen zack nehmen das zeug mit das du glaubst gar nicht eh du glaubst es nicht was da was das man da fühlt man hat einfach im wohnen Hormon Kick kkk kkk da wird man nicht zum ziel irgendwann springt man nicht im zimmer so blöden behindert rum dann kommt Fischer irgendwie raus irgendwo aus dem Bad jetzt ist das was ne das ne wachse gar nicht um zu machen exit exit das war's so würde ich sagen dann bis zum nächsten mal bleibt gesund und lasst es euch gut gehen bis zum nächsten mal und tschüss